Hallo und herzlich willkommen zu diesem Video. Wer meinen Kanal schon eine Weile verfolgt, der weiß, an Schweizer Taschenmessern mangelt es mir nicht. In diesem Video soll es aber gar nicht um meine gesamte Sammlung gehen, sondern es soll um meine Top 5 der Schweizer Messer gehen. Und hier liegen natürlich deutlich mehr als 5 und das liegt daran, dass ich als kleiner Prepper die Modelle, die mir am besten gefallen, mehr als einmal habe. Hier habe ich sogar auch noch ein zweites Outrider, habe ich vergessen hier hinzulegen, aber dazu später mehr. Fangen wir mal vorne an und ich starte mal mit dem Messer oder mit dem Taschenmesser, das mir persönlich am allerbesten gefällt, beziehungsweise in meinem Tagesablauf und in meiner Arbeit. Ich bin jemand, der häufig am Schreibtisch sitzt, beziehungsweise in Außendienstterminen mit dem Auto unterwegs ist. Das heißt, das Thema, ich muss permanent eine Säge dabei haben, weil ich im Wald oder draußen arbeite, das ist bei mir nicht der Fall. Und ja, deswegen ist das Top-Messer, Top-Taschenmesser für mich persönlich das Kompakt. Ich habe dazu schon ein eigenes Video gemacht. Ich werde euch das auch nochmal unten in der Videobeschreibung verlinken, wie im Übrigen alle von diesen Taschenmessern. Ich verlinke euch die allemal in der Videobeschreibung unten. Und das Kompakt habe ich genau dreimal. Einmal in Schwarz, dann nochmal in Rot und nochmal in Schwarz. Und das liebe ich wirklich über alles. Und das ist auch mein Everyday Carry Knife. Das habe ich also immer in meiner Hosentasche, egal wo ich hingehe, weil da für meinen Geschmack die nützlichsten Tools einfach mit dran sind. Natürlich die große Klinge. Dann gibt es hier so ein Kombi-Tool. Das ist Flaschenöffner und Dosenöffner und Kabelabisolierer und Schraubendreher in einem. Wir werden gleich beim Super-Tinker und auch bei den Kleinbar-Modellen sehen, dass es da ein bisschen anders gelöst ist. Und dann ist noch genau ein Werkzeug dabei, das meiner Ansicht nach bei keinem Schweizer Messer fehlen darf. Und das ist eben die Schere, die ich persönlich sehr, sehr häufig verwende. Und das Schöne daran ist, das sind die sogenannten Plus-Griffschalen. Das heißt, hier auf der einen Seite ist eine Pinzette drin und auf der anderen Seite dann neben dem klassischen Zahnsteuer auch noch ein Kugelschreiber. Na komm, da ist der Kugelschreiber, der im Übrigen auch sehr gut funktioniert. Den kann man auch hinten, da ist nämlich dieser Pakethaken mit auf der Rückseite eingelassen, einer Nagelfeile dran. Sehr, sehr sinnvoll, wie ich finde. Da kann man auch diesen Kugelschreiber entsprechend reinlegen und kann dann den Pakethaken runterklappen und hat dann sozusagen eine Griffverlängerung zum Schreiben. Also so kann man da mit dem Kugelschreiber arbeiten und schreiben. Und das funktioniert auch sehr, sehr gut. Und auch diese kleine Nagelfeile hinten drauf ist gar nicht so schlecht. Also ich persönlich mag das wirklich sehr. Und dann eben Korkenzieher, der kleine Brillenschraubendreher. Ich glaube, die meisten verwenden den, um die Schräubchen an der Brille wieder festzuziehen. Und dann hier noch die kleine Stecknadel drin. Also da ist wirklich so ziemlich alles dran, was ich häufig brauche. Jedes dieser Werkzeuge verwende ich daran häufig. Es ist super schmal und super flach. Viele haben sich wahrscheinlich schon gefragt, hey, warum ist denn da gar kein Allox-Modell zu sehen? Also diese Allox-Modelle, die es in verschiedenen Farben gibt. Ja, erzähle ich gleich noch ein bisschen was zu, warum das nicht der Fall ist. Aber vielleicht, um es kurz vorwegzunehmen. Ich finde ganz einfach diese Tools, die in den Griffschalen drin sind, so immens wichtig für mich. Und die gibt es einfach bei den Allox-Modellen nicht. Weil da ist eben nur die Griffschalen, aber ohne die Öffnungen für die Werkzeuge hier. Und damit das fehlt, hat es auch kein Allox in meiner Top-5-Sammlung geschafft. Ich verwende natürlich häufig, habe ich trotzdem ein Allox-Modell dabei. Aber wenn ich wirklich Top-5 meiner Sammlung mal auswählen müsste, dann ist es das hier. Und da gehört für mich persönlich dann aus den gerade genannten Gründen eben kein Allox-Modell mit rein. Also das hier, mein Victorinox Kompakt. Ganz klar mit großem Abstand Nummer 1. Das begleitet mich jeden Tag. Und hier zwei Backup-Modelle. Das gab es mal irgendwie aus einem Amazon-Werhaus-Stil. Also ganz, ganz preiswert. Ist aber nichts dran. Sieht aus wie neu. Und das, ich weiß gar nicht, wo das zweite Kompakt mal her war, auch irgendwo günstig mal geschossen gehabt. Und ja, ihr seht es auch hier an den Griffschalen. Das ist schon ordentlich verschrammt und Kratzer drin. Ist mir aber vollkommen egal. Dieses Messer hier, definitiv mein Platz 1. Dann auf Platz 2. Und ihr seht es hier schon ein bisschen an meiner entsprechenden Auswahl, habe ich ebenfalls sehr, sehr häufig in der Hosentasche einstecken, meine Climber-Sammlung. Also Climber ist ebenfalls ein relativ schlankes Modell. Das hier ist, nehmen wir mal zur Seite, ist kein Climber. Kommen wir gleich zu. Ich halte es immer mal daneben, damit ihr das mal sehen könnt. Vergleich Climber zu Kompakt. Da ist also von der Größe nochmal ein deutlicher Unterschied dazwischen. Und jetzt wisst ihr auch, warum ich gerne das Kompakt mitnehme an erster Stelle. Und das Climber zwar auch häufig, aber eben häufiger das Kompakt, weil man diese zusätzliche Dicke doch nochmal spürt in der Hosentasche. Der Vorteil von dem Climber gegenüber dem Kompakt ist aber die Tatsache, dass ihr zwei einzelne Tools habt. Also hier eben zum Flaschenöffnen, Kabel abisolieren, Schraubendreher und hier den Dosenöffner mit kleinem Schraubendreher. Hingegen hier bei dem Kompakt dieses Kombi-Tool. Hier seht ihr es nochmal. Ja, das ist hier zwar, also mir reicht es vollkommen aus. Ich brauche nicht zwei einzelne Tools dafür, gerade weil ich einfach selten bis kaum bis gar nicht damit auch Dosen öffne. Aber ja, das ist der Vorteil bei dem Messer hier. Und ansonsten ist es von der Bestückung her große Klinge. Kleine Klinge ist hier noch mit dran. Das hat das Kompakt eben auch nicht. Da ist nur eine Klinge. Kann ich auch mitleben, um ehrlich zu sein. Und dann wieder die Schere. Und auf der Rückseite gibt es hier noch ein paar mehr Tools, Pakethaken. Da allerdings ohne die Nagelfeile. Das finde ich hier sehr, sehr schön gelöst. Und dann hier noch so eine Näh-Bohr-Stechaale hinten dran. Die gibt es hier auch nicht. Ja, aber vermisse ich jetzt im Alltag gar nicht wirklich. Und dann hier die Standardschalen dran mit Zahnstocher und mit Pinzette. Und das Schöne an diesen Climber-Modellen ist, dass es die in ganz vielen verschiedenen Farben, Varianten und Arten gibt. Also hier seht ihr es. Das ist ein wunderschönes Gold. Ich verlinke euch mal die verschiedenen Modelle unten in der Videobeschreibung, soweit ich die einzelnen Modelle finde. Weil das hier zum Beispiel ist so eine Sonderedition. Die gibt es gar nicht ohne weiteres zu kaufen. Aber ich gebe mein Bestes. Also schaut mal unten rein. Das hier also, die goldene Variante, finde ich ausgesprochen schön. Dieses Gold gefällt mir wirklich extrem gut. Ja, das war auch mal so eine Sonderedition. Da war glaube ich ja noch so ein Schlüsselband dabei. Die war auch gar nicht so preiswert. Ein normales Climber kostet nicht die Welt. Das war ein bisschen teurer. Dann hier Silvertec heißt es, glaube ich, diese Farbe. Also hier transparent und unten drunter schimmert eben dieses Silberne raus. Finde ich super schick, super schön. Also das sind fast meine drei Lieblingsmodelle hier in Kombination mit dem Weiß. Also hier vielleicht nochmal ein Vergleich. Weiß zu Silvertec in der Kamera. Ich weiß nicht, ob man es gut sieht. Ich mache es mal minimal dunkler für euch. Hier Weiß, hier Silvertec. Finde ich, die haben auf jeden Fall beide was. Dann hier eine 125 Jahre Sonderedition. Das war so ein Sondermesser mit hier glaube ich auch genau 125 Jahre Victorinox drauf. Und dann gefällt mir ganz besonders gut das Stay Glow heißt es, glaube ich. Weil diese Schalen hier, die nehmen das Licht auf und wenn es dunkel wird, dann leuchtet es. Also ein ganz normales Climber, das über diese schönen Griffschalen hier verfügt, finde ich natürlich super, super, super schick. Bekommt man neu, aber ganz, ganz schwierig. Ich glaube, das hatte ich irgendwann mal bei Ebay gekauft. Alle anderen Messer im Übrigen bei Amazon. Ja, wie gesagt, links dazu in der Videobeschreibung. Also Climber für mich persönlich auf der Rückseite eben mit dem Flaschenöffner. Beziehungsweise ist inkorrekt. Es ist ein Korkenzieher, also auch Flaschenöffner, aber für Weinflaschen. Ja, ich trinke auch gerne mal einen Wein. Von daher ist das hier für mich eine super Lösung. Jetzt ist es aber so, dass ich oft oder ab und an auch den Korkenzieher tausche gegen einen großen Schraubendreher, Kreuzschlitzschraubendreher. Hier seht ihr den. Und das Modell, also quasi das Climber, aber anstelle von dem Korkenzieher, den Kreuzschlitzschraubendreher, nennt man Super Tinker. Hat ansonsten die gleiche Ausstattung, aber hinten halt dann den Schraubendreher. Für sehr viele ist es eine super Sache, weil viele den Korkenzieher nicht mögen, aber den Schraubendreher gerne hätten. Muss einfach jeder selbst wissen. Heißt wie gesagt Super Tinker. Hier habe ich dann irgendwann aber auch mal diese Plusgriffschalen vom Kompakt, die kann man auch einzeln kaufen, drauf montiert, um ganz einfach das zusätzliche Werkzeug hier den Kugelschreiber noch mitzuhaben. Das geht im Übrigen natürlich die Ummontage auch bei einem Climber zum Beispiel. Auch da könnte ich die Plusgriffschalen drauf machen. Aber mir gefällt das Gold und die Spezialfarben hier alle so gut, dass ich es tunlichst vermeide, das zu tauschen, nur wegen dem Kugelschreiber. Aber prinzipiell möglich wäre das natürlich. Also das ist das Super Tinker. Superschickes Modell. Mag ich hier in der Kombination wirklich sehr, sehr gerne. Dann, wenn es etwas größer werden soll oder werden darf, das bessere Swisschamp, so habe ich glaube ich mal ein Video genannt. Ich persönlich habe dieses Taschenmesser hier bei all meinen beruflichen Terminen, wenn ich unterwegs bin, in der Notebooktasche dabei. Das ist das Cyber Tool. Ich glaube mittlerweile heißen die S, M und L oder sowas in der Richtung. Ich verlinke euch das alles mal in der Videobeschreibung. Das hier ist die mittlere Variante. Also quasi, ja, hier ist quasi für mich persönlich alles Wichtige mit dran. Einmal die hervorragende kleine Zange. Dann hier die Möglichkeit, einen richtigen Schraubendreher mit Wechselbits zu haben, die auch direkt im Messer drin sind. Ich stelle euch das jetzt hier nicht im Detail vor, weil, wie gesagt, ich habe da schon ein eigenes Review dazu gemacht. Aber für mich persönlich ist die Auswahl an Tools besser als bei dem Swisschamp. Ich glaube, da ist fast alles genauso mit dran, bis auf die Lupe, die nicht schlecht ist. Aber die Frage, ob ich die wirklich brauche. Auf jeden Fall in dieser Größe des Cyber Tools. Und ja, hervorragendes Messer. Und da ich häufiger auch mal irgendwo in Serverräumen irgendwelche Geräte raus- und reinschrauben muss, ist es hier gerade mit dieser Bit-Auswahl eine ganz hervorragende Angelegenheit. Und auch da hatte ich irgendwann mal das Glück und konnte mir das Cyber Tool in der 125 Jahre Spezialedition kaufen. Gefällt mir persönlich sehr gut. Das hier ist jetzt die Variante mit so transparent roten Griffschalen. Aber auch das gefällt mir sehr, sehr gut. Also, das ist eine super Sache. Da das Messer aber doch relativ groß und schwer ist, nutze ich hiermit, wenn ich es mal in der Hosentasche trage und nicht in der Notebook-Tasche, einen Suspension-Clip. Auch dazu habe ich mal ein Video gemacht. Ich packe euch das alles in die Videobeschreibung unten rein. Und damit kann man das wunderbar in die Hosentasche hängen. Und dann trägt es kaum auf und man merkt selbst an solch großes Messer kaum in der Hosentasche, weil normalerweise legt sich das hier unten quer rein. Und das vermeidet ihr, indem ihr das einfach oben an die Hosentasche dran klipst mit diesem Clip hier von außen. Und ja, sieht aus wie ein Kugelschreiber dann außen und innen drin in der Hosentasche hängt das Messer. Das ist also eine super Kombination. Kann ich euch grundlegend für all diese Victorinox-Taschenmesser nur empfehlen. Ja, wenn es dann doch mal raus in die Natur geht mit unserem Junior im Kinderwagen irgendwo hin, dann finde ich, ist das Victorinox Outrider eine ganz hervorragende Option. Das Outrider hat eine richtig schöne große Klinge. Habe ich wie gesagt auch zweimal. Dann dabei die Säge, die große taugliche Säge. Der attestiere ich, ja, die klappt 100% tiptop. Also diese Säge ist der Hammer, finde ich super. Für draußen mehr als ausreichend, auch schön lang. Und dann einer der Vorteile an diesem Messer, neben der Schere, gibt es unter der Schere hochklappbar noch einen richtig schönen langen Kreuzschraubendreher, den man verwenden kann. Das ist jetzt für draußen, weiß ich nicht, eher weniger relevant, aber ich verwende den schon häufiger mal. Der ist im Übrigen, hier seht ihr das auch, ein bisschen kleiner von der Größe, als man das jetzt zum Beispiel hier von so einem Bitkent. Hier seht ihr es, ich packe es nochmal mit raus, von so einem Cybertool oder auch von dem Swissjam. Da ist ja auch ein Kreuzschraubendreher dran. Der ist aber hier kleiner als der. Ja, ist aber nicht weniger nützlich, nur weil er ein bisschen kleiner ist. Muss, sollte man oder muss man halt wissen. Und dann hier auch wieder die Standardwerkzeuge zum Flaschen, Dosen öffnen etc. Und der Korkenzieher. Also das Outrider ist ein wunderschönes Modell, finde ich, gehört wirklich bei jedem, der Schweizer Messer gerne hat, in die Sammlung mit rein. Kann ich nur jedem empfehlen, gerade wenn es draußen rum so ein bisschen ich unterwegs bin, dann schafft es das Outrider eigentlich immer in meine Hosentasche oder in meinen Rucksack mit rein. Ja, und das war es dann auch nach fast 15 Minuten Video. Um es nochmal kurz zusammenzufassen, meine Top Nummer 1 der Taschenmesser hier in dem Bereich ist das Kompakt. Das habe ich ganz, ganz häufig eigentlich immer dabei. Dann die Climber, kann ich nur jedem ans Herz legen, in ganz vielen verschiedenen Farbvarianten erhältlich. Finde ich, ist eine super tolle Kombination an Tools. Wenn dann der Korkenzieher getauscht werden soll gegen den Kreuzschlitzschraubendreher, dann ist es hier auch das Super Tinker, das hier eine Option wäre. Dann die beiden Cyber Tools, die ich gegenüber des Swiss Gems definitiv bevorzuge. Und zu guter Letzt mein Outrider für alles, was draußen so stattfindet. Es gibt eine Menge, sehr, sehr viele verschiedene andere super tolle Victorinox-Taschenmesser, angefangen vom Huntsman gehend über die Alox-Modelle, Swiss Gem haben wir eben schon kurz erwähnt, etc. Ja, also ich wollte mich auf 5 beschränken, das ist meine persönliche Auswahl. Die mag bei euch total anders aussehen. Ich wäre oder bin sehr gespannt, also lasst mir gerne mal Feedback unten in den Kommentaren da, was eure Top 5 Schweizer Messer sind, bin ich wirklich interessiert. Und ja, ich hoffe, euch hat das Video gefallen, vielleicht war eure Entscheidung auch so ein bisschen geholfen. Ja, wie gesagt, ich habe alle Links unten hier in die Videobeschreibung einmal für euch reingepackt. Und ich bedanke mich bei euch fürs Zusehen, würde mich immer einen Daumen nach oben und ein Abo auf meinem Kanal freuen. Und wir sehen uns spätestens in einem meiner nächsten Videos wieder. Macht's gut! Und wir sehen uns beim nächsten Mal.